Es gibt nichts schöneres auf der Welt, als frischer Pulverschnee. Wenn ich vom Tal in die Berge schaue, da hebt mich gar nichts mehr. Ja, dann geht's ab auf den Ski, lasst die Sorgen sein, geniessen den super Tag im Sonnenski. Ein Kaffee am Pistenrand, mit Freunden im Klanerland. Ist das nicht schön, ist das nicht toll, ist das nicht gemütlich? Ein Kaffee am Pistenrand, viel besser als alle Strand. Am schönsten ist es da, ihr müsst nicht verstehen, ich will nicht mehr gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017